Bis heute zählt Rudi Völler zu den erfolgreichsten Torschützen Deutschlands. Als Spieler, Trainer und Funktionär hat der 63-Jährige Fußballgeschichte geschrieben. Wenn es um Sport geht, hält der Direktor der DFB-Nationalmannschaft seine Meinung nicht zurück. Leiser ist er dagegen, wenn es um sein Privatleben geht. Seit 1995 ist Rudi glücklich mit seiner Sabrina verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Völler brachte zudem zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Sabrina hatte vorher schon eine Tochter. In der Öffentlichkeit hält sich das Paar normalerweise zurück. Gemeinsame Auftritte sind selten. Umso überraschender, dass Sabrina ihren Rudi zum Präsidentenkapp der Igels nach Griechenland begleitet. Im Interview erzählt die gebürtige Italienerin. Wir sind natürlich Griechenland-Liebhaber. Wir machen seit Jahren unseren Urlaub in Griechenland. Alle unsere Freunde sind meistens in Griechenland. Ich bin Italienerin, also sehr nah an die griechische Kultur auch noch. Also wunderbar. Ich fühle mich zu Hause. Die Zeit in Griechenland hat das Paar offensichtlich in vollen Zügen genossen. Jetzt ist es etwas weiter. Untertitelung des ZDF, 2020